Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Mein Name ist Alja, ich bin deine Podcast-Hostin und heute folgt quasi der zweite Streich der letzten Woche und zwar geht es heute um die weiteren Hinweise, woran wir erkennen können, dass wir uns weiterentwickelt haben oder im Prozess sind, uns positiv zu verändern. Und ja, ich habe dir wieder schöne Hinweise mitgebracht, wie ich finde, Dinge, die ich selber so in den letzten Jahren an mir festgestellt beziehungsweise erlebt habe und möchte sie jetzt auch gerne mit dir teilen, damit du auch erkennst, okay, vielleicht könnte das ein Hinweis darauf sein, dass ich mich weiterentwickelt habe. Bevor es losgeht, abonniere meinen Kanal, teile ihn ordentlich auf all deinen Kanälen, abonniere meinen Podcast und wenn du magst, dann lass uns gerne auch zusammenarbeiten. Ich arbeite mit der Methode des Connective Coaching, was ich quasi selbst entwickelt habe. Es geht vor allen Dingen darum, die Verbindung zu dir selber wieder zu bekommen, herzustellen, was sich positiv auswirkt auf dein Leben in Beruf, Berufung, in deinen Beziehungen und natürlich auch, was dazu führt, dass du weniger Stress im Leben hast. Und ich spreche aus Erfahrung, ich hatte selber einen Burnout vor einigen Jahren. Ich weiß also, wie es sich anfühlt, wenn man ja ein massives Stresslevel fährt und wie wichtig und erholsam da innere Arbeit ist und wieder die Verbindung zu sich selbst zu finden. In diesem Sinne, connecte dich gerne mit mir bei www.amindfulconnection.de oder connecte dich mit mir bei Instagram at amindfulconnection. Ich freue mich total auf dich und ich freue mich auch, wenn du mir Themen reingeben magst, über die ich sprechen soll, damit ich noch mehr meinen Podcast auf dich zuschneiden kann. Vielen Dank auch an meine treuen Zuhörerinnen und Zuhörer in der ganzen Welt. Ich finde das großartig, dass ihr aus allen Ecken der Welt zuhört, sogar in Australien, was ich großartig finde. Insofern liebe Grüße ans andere Ende der Welt. Und jetzt geht es aber los mit den weiteren Hinweisen, wie du merkst, dass du dich positiv verändert hast. Viel Spaß beim Zuhören. Ich hatte letzte Woche schon gesagt, dass das Leben Veränderung ist, dass wir uns stets und ständig verändern und ja, dass einfach total schön ist, weil sonst hieße es eigentlich, dass wir tot sind. Denn Stillstand ist der Tod, sozusagen. Manchmal verlaufen die Veränderungen, besonders die sich innerlich abspielen, nicht so laut, nicht so oft gut erkennbar, sodass wir manchmal überlegen müssen, ob wir uns gerade überhaupt entwickeln oder ob wir vielleicht gerade in einer Zeit sind, wo wir innere Prozesse integrieren. Das heißt, wo es nicht so wild im Außen und auch im Innen zugeht, sondern wo der Integrationsprozess stattfindet von Themen, die du bearbeitet hast. Aber manchmal haben wir auch kleinere Hinweise, dass wir uns unmerklich, aber kontinuierlich verändern. Ich habe dir letzte Woche drei Hinweise mitgegeben. Zum einen, dass sich deine Beziehungen ändern, dass du anfängst zu zweifeln an bestimmten Entscheidungen, die du triffst und dass es aber ein gutes Zeichen ist, denn das heißt, dass dir etwas wichtig ist. Die Richtung, in die du gehen willst, ist dir wichtig. Und der dritte Punkt war, dass dir dein früheres Selbst ein bisschen peinlich ist manchmal. Heute habe ich weitere vier Hinweise für dich auf Lager, die wirklich so wichtig sind, so essentiell sind, dass ich sie unbedingt mit dir teilen möchte. Denn ich habe die auch erlebt in den letzten Jahren und erlebe sie manchmal immer noch. Ich hatte das gerade im Intro schon angemerkt. Die letzten zehn Jahre oder zwölf Jahre meines Lebens sind ziemlich an mir vorbeigerauscht. Das hatte den Hintergrund, dass ich, ohne es zu wissen, unter chronischem Stress stand. Also ich hatte in dem Sinne keinen richtigen Burnout vor drei Jahren, sondern ein Burn-on nennt man das mittlerweile. Das heißt, wenn der Körper immer kurz vorm Kipppunkt ist, das heißt, wenn es kurz davor ist, zu kollabieren, das System, aber man sich gerade noch irgendwie unter Wasser, wollte ich gerade sagen, schöne freudsche Fehlleistung, wenn man sich irgendwie über Wasser hält, unter Wasser war ich tatsächlich zwischendurch schon. Aber ich habe gemerkt, dass mein Leben an mir vorbeirauscht. Ich habe gemerkt, dass ich unter so einem Stress stand, dass alles ganz schnell ging. Ich war ganz schnell irgendwie überreizt. Mein Nervensystem war ganz schnell irgendwie am Anschlag. Ich bin ganz schnell wütend geworden bei jedem kleinsten Scheiß auf gut Deutsch, weil ich einfach so viel jongliert habe und mich so allein gefühlt habe und im Stich gelassen gefühlt habe, ohne aber wirklich an die Gefühle ranzukommen. Warum erzähle ich dir das? Weil ein Zeichen deiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung sein kann, dass dein Leben etwas langsamer verläuft. Wir werden langsamer, weil wir eben nicht mehr vor etwas davon rennen, so wie ich die ganze Zeit vor etwas davon gerannt bin. Nämlich zu merken, dass mein Leben eigentlich, so wie es läuft, irgendwie in eine falsche Richtung läuft, sondern weil wir lernen, die richtigen Schritte in die richtige Richtung zu nehmen. Ja, vielleicht wird dir zwischendurch klar, du brauchst eine Pause. Vielleicht hast du erkannt, dein Arbeitspensum ist unhaltbar. Das geht alles nicht mehr. Vielleicht kannst du dir endlich eingestehen, dass du ausgebrannt bist und überfordert bist. Wenn du merkst, dass du zu schnell bist in deinem Leben, dass du zu gestresst bist, ist das Merkmal eines persönlichen Vorankommens, eines persönlichen Wachstums das, dass du spürst, es ist zu schnell und dass du deine Schritte verlangsamst und sie zielgerichteter einsetzt. Also statt gegen die Körpersignale zu kämpfen nach dem Motto, jetzt funktioniert doch noch ein bisschen mehr, jetzt quetsche ich noch den letzten Tropfen Energie aus mir raus, das, was ich lange Zeit gemacht habe, dass man sich Ruhepausen gönnt, dass man sich wohl überlegt, was sind die nächsten Schritte. Und bei mir kam die Ruhepause tatsächlich erst, als ich wirklich nicht mehr konnte, als ich geheult habe, weil ich nicht mehr zur Arbeit gehen konnte. Es ging einfach nicht mehr. Es war alles zu viel. Brieföffnen war schon zu viel. Da ist mein System einfach schon kollabiert. Und es war mir wirklich peinlich, weil ich so eine kleine Hochleistungssau bin. Ich liebe Schweine, bitte nicht falsch verstehen. Aber da war es wirklich klar. Und dann war ich, da hatte ich eine lange Pause, war lange krankgeschrieben, acht Monate und war dann auch in der Klinik. Und dann habe ich endlich aufgehört zu rennen. Und das hat glücklicherweise bis heute angehalten. Ich habe meinen Beruf gewechselt. Mir geht es viel besser. Ich bin viel stabiler. Ich bin viel glücklicher. Ich habe viel mehr Alarmwarnsysteme eingebaut, wann es Zeit ist, Halt zu machen, Stopp zu machen, mir Pausen einzurichten. Und du merkst daran, dass du dich weiterentwickelst, wenn du spürst, ich setze die Schritte langsamer, aber gezielter in die richtige Richtung. Ein weiterer ganz wichtiger Hinweis, mit dem ich seit einem Dreivierteljahr tatsächlich intensiv arbeite, ist der Punkt, dass du anfängst, Gefühle hochkommen zu lassen, Gefühle zu fühlen, die du lange, 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 lange vergessen hast. Das sind meistens ganz intensive Gefühle. Aus der Kindheit natürlich verdrängte Gefühle haben oft keinen in dem Sinne konkreten Anlass. Manchmal kommen Sachen hoch. Du wirst getriggert in einem Streit oder durch bestimmte Personen. Und dann kommen Sachen hoch in einer solchen Heftigkeit, dass klar ist, das hat gar nichts mehr mit der aktuellen Situation zu tun, sondern es ist alt. Also so wie dein Körper jeden Tag abgestorbene Hautzellen und Abfallstoffe abstößt, also so wie dein Körper sich auch jeden Tag verändert, ist das mit diesen starken emotionalen Reaktionen tatsächlich ein anderer Weg, auf dem dein Körper Erinnerungen aus deinen Zellen entfernt, also toxische Erinnerungen, Erinnerungen, die ungesund sind, weil diese Erinnerungen in unserem Körper gestaut sind. Eckart Tolle, der große spirituelle Lehrer, spricht vom Schmerzkörper. Das sind Emotionen, die sich in deinem Körper angestaut haben. Und emotionale Arbeit geht über den Körper, weil es ist Traumaarbeit tatsächlich, die über den Körper eben auch läuft. Also Trauma im Sinne von nicht, dass irgendwie ein ganz schlimmes Ding passiert ist, irgendwie ein ganz schlimmes, akutes, traumatisches Erlebnis, wie ein krasser Autounfall oder irgendwie eine PTBS aus einer Kriegssituation, sondern wir werden ja in unserem Leben als Kleinkinder, als Babys tatsächlich oft traumatisiert durch Bindungs- und Entwicklungstraumata. Und da gibt es ganz viele Emotionen, die gefühlt werden wollen. Und das ist die heilsamste Reise, die du machen kannst, diese Gefühle wirklich zu fühlen. Wie das genau geht, das habe ich in vielen anderen Podcasts schon erläutert, gerade in den Podcasts so vor, ich sage mal, die ungefähr vor drei, vier Monaten ich hochgeladen habe. Da kannst du dich gerne mal umgucken und reinhören. Das wird dir, glaube ich, ganz, ganz viel helfen. Für mich ist der dritte wichtige Hinweis, dass ich mich weiterentwickelt habe, tatsächlich, wenn es plötzlich zu ganz vielen glücklichen Fügungen kommt oder man sich plötzlich Dinge erklären kann, ja, wie soll ich das sagen? Also sogenannte Synchronicitäten. Das kennst du vielleicht auch. Du denkst an jemanden und einen Tag später ruft diese Person an. Ich hatte das lustigerweise heute. Ich habe an eine Freundin gestern gedacht, bei der ich mich mal endlich wieder melden wollte. Und was ist passiert? Sie hat sich heute bei mir gemeldet, nachdem wir vier Wochen nichts voneinander gehört haben. Also das sind Synchronicitäten. Wir sind alle wie in so einem Spinnennetz, um einen unschönen Begriff zu benutzen. Also wie durch so ein Eta energetisch alle miteinander verbunden. Und wenn man starke Verbindungen hat oder eben man quasi gleich vibet auf der energetischen Welle, dann kann man sich spüren. Dann spürt man, wo der andere gerade ist. Dann spürt man, wie es dem anderen geht auf einer ganz unbewussten Ebene. Und dementsprechend gibt es diese Synchronicitäten. Passiert auch dann, wenn man vielleicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und die richtige Person trifft und man das vielleicht manchmal so als Zeichen wertet. Also ich glaube tatsächlich nicht mehr an Zufälle. Mir sind in meinem Leben schon viel zu viele angeblichen Zufälle passiert. Es gibt keine Zufälle in meinem Leben sozusagen. Ich weibe auf einer bestimmten Frequenz und das, was passt, was matcht, das weibt sozusagen zurück. Das kann ich erspüren. Ich hatte diese Situation schon sehr, sehr oft in meinem Leben, dass ich zeitgleich mit Menschen, mit denen ich seit Jahren nichts mehr zu tun hatte, an die gedacht habe und einen Tag später hat sich die Person gemeldet. Also es war schon wirklich sehr erstaunlich, was sich da oft abgespielt hat. Und wenn du in deinem Leben das Gefühl hast, dass es doch einen größeren Plan gibt, nachdem dein Leben verläuft, dann hast du quasi die ganzen Zeichen, die ganzen Synchronicitäten summiert und kommst eben zu dem Schluss, dass es nicht irgendwie, dass man hier nicht in die Welt geworfen wird und irgendwie planlos von A nach B geschickt wird, sondern dass wir alle miteinander verbunden sind, alle miteinander vernetzt sind und dein Leben auch einem größeren Plan folgt. Und das ist, finde ich, etwas sehr, sehr Tröstliches. Natürlich stehen wir in Eigenverantwortung. Ja, ich sage nicht, dass wir wie so Marionetten an so Fäden hängen und von irgendwie einer Gottheit oder einem Riesen durch die Gegend manövriert werden, sondern wir haben Verantwortung für unser Leben. Natürlich können wir unser Leben in bestimmte Richtungen wenden. Das schaffen wir durch unsere Gedanken, unsere Emotionen und durch die Handlungen, die wir täglich tätigen. Aber es gibt für jedes Leben meiner Ansicht nach einen größeren Plan hier auf dieser Welt. Das letzte, das vierte Zeichen für einen deutlichen Fortschritt, für ein deutliches Vorankommen in deinem Leben, finde ich, das ist eigentlich das Schönste. Es ist dir wichtiger, glücklich zu sein, als viel Kohle zu scheffeln oder in der 3D-Welt sozusagen, also in der physischen Welt, erfolgreich zu sein, was auch immer du unter Erfolg verstehst. Das sieht ja für jeden anders aus. Früher war einem vielleicht Geldverdienen wichtig, der richtige Job wichtig, das richtige Auto wichtig, das richtige Haus richtig, was auch immer. Und jetzt geht es dir eher darum, dass du dich besser fühlst jeden Tag und so viel wie möglich die Tage genießen kannst, dein Leben genießen kannst. Das, finde ich, ist ein sehr deutliches Zeichen für einen Fortschritt, dass es dir wichtiger ist, glücklich zu sein, als erfolgreich. Obwohl es vielleicht oberflächlich betrachtet so aussehen könnte, als wärst du unambitioniert und irgendwie nicht mehr so ehrgeizig. Aber der Punkt ist der, wir werden ehrgeiziger in Bezug auf das, was eben wirklich zählt im Leben. Dein Herz zählt, deine Seele und dein Geist. Und natürlich gehört auch der Körper dazu, den wir natürlich bitte pflegen, weil der fährt uns ja hier durch die Welt sozusagen, wie so ein kleines Auto, in dem unsere Seele geparkt ist. Aber unser Herz wird uns wichtig, unsere Seele und unser Geist. Was, wenn dein Ziel darin besteht, jeden Tag so viel wie möglich zu genießen oder jeden Tag Dankbarkeit zu praktizieren, die Schönheit in allen Dingen zu sehen und zu erkennen? Was müsstest du tun, um dich jeden Tag wirklich lebendig zu fühlen? Das sind Fragen, die du dir stellst, wenn du wirklich viele, viele Fortschritte in deinem Leben machst, wenn du wirklich viel gewachsen bist, wenn du dich wirklich in der Tiefe verändert hast. Und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Was müsstest du tun, um dich jeden Tag wirklich lebendig zu fühlen? Was, ja, macht dein Leben lebenswert? Auch wenn die Zeichen vielleicht für dich erstmal nicht so leicht zu deuten sind oder so subtil sind, hoffe ich, dass dir mein Beitrag ein bisschen die Augen dafür geöffnet hat, was eigentlich im Leben wichtig ist, worauf es ankommt und was zählt? Und ich freue mich schon sehr auf dich nächste Woche. Nächste Woche habe ich wieder ein tolles Thema im Gepäck. Lass dich überraschen. Abonniere nach wie vor meinen Kanal, komm gerne auf meine Website und buch gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir. Ich freue mich auf dich und dein Anliegen. In diesem Sinne, mach es gut bis nächste Woche. Und ganz lieben Drücker, ich umarme dich, du bist wertvoll, du bist geliebt, du bist wundervoll und zwar genauso, so wie du bist. Alles Liebe, deine Alia und du bist. do Vielen Dank.